Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario 63 und heute ist der große Tag gekommen Heute werden wir sehen, ob wir Bowser endgültig besiegt haben Oder ob wir... Ey, und das hab ich... Boah! Bist du fies, ey, maaaan! Ja, scheiß drauf! Da gibt's blaue Münzen Aber trotzdem Das ist das viel fies, ey Ja, gebaden, ey Ja, das hab ich schon mit dem Problem, Markus, ich weiß Aber sowas kriegt man einfach nicht aus dem Kopf, ey, man Gebaden Ist aber geil Scheiße Ja, so schnell stirbt man, ne? Lol Also ich hab ja schon das letzte Mal bemerkt, dass das Level wirklich sauschwer ist Und das Feuer hat mich... Was ist los? Nein! Alter 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 Spiegel Ja gut, aber das Herz bleibt hier ewig Und dann erst die rote Münzen Mission, ey Boah Die machen wir dann aber danach Du musst noch nicht sagen, oder? Ja, dann muss ich jetzt da durchschnuppt, jetzt hat keiner... Und... Hä? wie hoch geht das ah sehr hoch und da seht ihr da geht es auch lang ich hab doch auch so gut hier genauso einfach mal ein geübter sprung und das raubt der typ braucht mir den letzten er war scheiße ach so ist das habt ihr es doch alles nein ich war doch so knapp vorm ziel und wohin dahin ja Ach du Scheiße, das ist... Bob-Bomb. Was ist das? Ach du Scheiße! Im Ernst? Boah! Unmöglich, ey! Ja, ist klar! Ja, ist klar! Alter, wie gut muss das jetzt eigentlich mittlerweile sein? Wenn ich das mal erfahren könnte. Alter, ich hab das hier gut geschafft, ne? Und jetzt muss ich... Ja, ich muss auf den... Klein... Ah, nee. Boah! Da kommt noch mehr Überraschung. Nee, ich kriege die nicht raus. Nein, da geh ich jetzt erstmal nicht hin. Boah! Und jetzt noch Bowser, ey. Aber wenigstens... Äh? Was muss man machen? Oh, ey, Mist, dass ich kein Englisch kann. Ja gut, ich kann Englisch. Natürlich kann ich Englisch. Weil ich bin zu faul, Englisch zu lesen. Destroy you. Ja, das kann ich lesen. Aber der Rest ist mir zu klein geschrieben. Nein, ich bin nicht schüttet. Ach so. So ist das. Boah! Das ist hart. Ja, ich bin nicht schüttet. Ich habe den Moment. socialism geht's. ... ... ... Ich muss nach oben gehen. Nein, das kann ich nicht, aber das kann ich nicht. Ja, das ist schon ein bisschen passivier. Ja, wie soll man das bitteschön machen? Ich kann das nicht. Ich hab das noch nie gecheckt, wie man den schleudern soll. Wie soll ich das jetzt können? Ja, was ist das für eine Scheiße? Mann! Letztes Leben und ich möchte den ganzen Level nicht nochmal machen. Ja! Oh, da muss ich wirklich nur kaputt lachen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie das funktioniert. Also man muss... Man kann so weit schmeißen. Das war echt geil. Das hat mir gefallen. Das hat mir gefallen. Oh, nee. Ähm, ja, was soll das? So. Im Ernst, ey. Ja, ihr hört auf dem Hintergrund jetzt wahrscheinlich meine... Das hast du dazu nicht deutlich. Weil ich bin angespannt wie Sau. Alter! Ich lass mich von so'n Babsack da... Ah! Kann man sich nicht nur aufregen. drüber! WTF! Ha! Überlebt. Ich glaub's nicht. Na gut. Ja, dong! Pff! Ach, nee. Nee, ich hab keine Lust mehr. Ja, dong! Ich hab keine Lust mehr als er erfasst. Ja, so kommt man da nicht weit, ne? Nein. Und, ey. Ach, sterb doch. hab ich keine Probleme. Jippie! Schon im Ernst, ey. Ja! Ich bring sofort ab, Nachdem ich auf der Plattform gelandet bin, ne? Mhm. Ja, wie soll man das schaffen? Ja, ich hab schon mal geschafft, aber wie? So vielleicht. Wenn er nicht mehr da ist, wie da... ...zeigliche Shy-Guy. Ich bin mir ein bisschen zu wenig schüchtern, diese Shy-Guy, ganz ehrlich. Ich hab' mir auf die Nerven. Dann geht nächste Passage. Wo macht man das? Ja, ich hab' mir gedacht. Ja. 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 So, und jetzt wieder diese Meisterleistung da. Das war aber wirklich nicht von schlechten Eltern. Ja! Man kann da auch irgendwie nicht richtig rüber mehr. So, das ist die Meisterleistung. Was ich meinte. Boah. Boah. Ja. Und schlub, bin ich bei Bowser. Ja, einmal werde ich noch probieren und dann, ja, schnell weg mit dem Zeug. Ich weiß ja, wie er funktioniert. Ja, hallo. Ach, nee. Ja, man kann es so weit schmeißen, aber... Tja, in dem Fall heißt es wirklich Übung. Mach den Meister. Oh, ich lande auch immer auf dieser Welle, weil das einfach viel zu langsam dann geht. Ja gut, ich habe noch einmal probiert. Das war mein Versprechen und... Ja, bis zum nächsten Mal und ciao.